Ja, das Mikro war natürlich nicht an. Wir spielen heute Max Payne 3. Ich habe schon den ersten Teil habe ich schon... Wann kam der raus? Das muss schon Ewigkeiten her sein. Den zweiten Teil habe ich ohnehin schon gespielt. Ich fand der auch immer ganz cool eigentlich die Serie und der dritte Teil ist jetzt auch schon relativ lange raus. Irgendwann wollt ihr spielen? Mit Story Modus vor allen Dingen. So, dann würde ich sagen bei der Schwierigkeit. Ich habe jetzt soweit schon mal alles eingestellt. Nehmen wir die Schwierigkeiten bitte und dann scheint es direkt los zu gehen. So, ich denke, dass ich das, was ich wollte. Ein Körner. Ein Rentner-Clown mit einer Schraube, die in andere Böden schlägt. Ja, das ist das, was sie bezahlt haben, also in der Ende, das ist das, was sie bekommen. Sie sagen, was du willst, Amerikaner, aber wir verstehen, Kapitalismus. Sie kaufen sich ein Produkt, und Sie bekommen, was sie bezahlt haben. Und diese Chums haben bezahlt für einen wunderschönen Gringo, ohne die Sensibilität zu wissen, dass es richtig und falsch ist. Hier war ich, um zu exaktieren, diesen pooren Böden, wie ein Dime-Store Angel von Death. Und ich wusste, dass sie richtig sind. Ich wusste nicht, dass sie richtig und falsch sind, wenn eine von ihnen was helfen, die poor, und die andere was bangin' meine Frau. Ich kam in Sao Paolo ein paar Wochen vor. Ich arbeitete ein Detail für die Menschen, die in einer Stadt brauchen, in einer Stadt wie diese Stadt. Und was eine Stadt war das? Eine, wo ich nicht sprach die Sprache, und sie haben ihre Sprache verbringst. Also, für heute, wir sind einfach gut. Natürlich, das war die Veränderung. Hey, Bruder. Hey. Wie ist der Cocktail? Und Scotch. Ich habe niemals mit meinen Sprachen. Ja, zumindest nicht auf der Aufgabe. Was ist das? Was ist das? Mann. Die Favela ist großartig. Ja. Nichts wie die Sicht der Extreme Poverdung, das macht eine Penthouse-Cocktail-Party wirklich schwach. Ich glaube, sie nennen sie die Trickle-Down-Economik. Das ist lustig. Es sollte sein, dass es ein Charity-Thing, trinken und geben Geld. Ich weiß nicht, etwas für die Kinder. Hey, hör mal, Mann. Wir sehen uns besser. Dieser Ort ist ein Schmerz. Sie haben nur die Cowboy-Tag-Aberfläche, oder etwas in der Luft. Das war nicht viel. Es gab immer etwas in der Luft. Die Familie, die wir uns zu retten waren, war die Leute, die Parasiten, mit der Leutung der Menschheit. Das Kind der Menschen, die in Glossy-Magazinen, oder Body-Bags. Depending auf wie ihre Glück läuft. Also, woher sind sie alle? Ich sehe Roderigo, mit dem Mann. Ja, ich weiß ihn nicht. Der Mann neben ihm. Er ist ein Schmerz. Ich glaube, ich bin nicht sicher. Es ist ein Schmerz. Ein Schmerz. Ein Schmerz. Ein Schmerz. Ein Schmerz. Ich weiß ihn nicht. Also, wer ist dieser Mann? Der Mann ist ein Schmerz. Ein Schmerz. Ein Schmerz. Ein Schmerz. Schau mal Marcel. Er ist immer noch wie ein Schmerz. Ich glaube, das ist das eine Europäische Bildung und ein Co-Cab. wird für Ricky Martin sehen. Das ist sehr lustig, Max. Oh, Entschuldigung. Das ist sehr lustig, Max. Oh, Entschuldigung. Ein Schmerz. 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 und etwa als Toxic. Der Rest des Crowds, ich wusste nicht. Aber ich konnte die typen. Die Leute wissen, wenn sie genug trinken, sie werden nicht zu schuldig sein, um ihre gute Fortschritte zu fühlen. Suddenly, Dinge wurden wirklich schuldig. Es fühlt sich, dass unsere Hang-Overs auf den Weg gekommen sind. Passos! 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 Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Clear. You got the floor? Sure. Es war nicht meine eigene Sicherheit, was ich mich interessiert. Trophy wife oder nicht. Ich habe gesagt, ich würde die Frau schützen. Ich hoffe, dass ich nicht verloren habe, mit allem anderen. Es war Zeit, zu wählen. A Nasty Fall, oder ein Blut in die Hände. Hey, hier. Warte, der Glück. Ich liebe es. Gut bleiben, jetzt haben wir die Zunge rein sollen. Entschuldigung. Es war, was mich gesehen hat. Not about to be thrown off it. Es ist etwas Stupidität, casebrechst oder ebenso Ambiente, oder vielleichteinyast, aber bevor ich wusste es, Aber ich war zurück, aufzunehmen Rissenschein, zu retten, zu retten, Frauen zu retten. Oh, ja. Wo ist Rodrigo? Ich weiß nicht, Mann. Danke. Niemand muss nachdenken. Es ist alles unter Kontrolle. Stay calm. Niemand wäre so dumm genug für diesen Weg. Was hast du mit ihm gemacht? Ich bin mit dir, Freund! Ich bin mit dir, Freund! Sie waren nicht auf meine Seite. Ich musste zu gehen. Die Scheiße! Die Scheiße! Ja! Oh ja. Oh ho 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 ho! Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Es sahen sie ihn aus dem Basement aus. Vielleicht habe ich noch einen Schuss. Rodrigo war zu viel für sie zu verdienen. Ich habe sicher, ich habe zu arbeiten, um ihn zurückzukommen. Aber ich wusste, dass die Schmerzen die Schmerzen wollen. Wie ich habe. Wie ich habe. Wie ich habe hier. Die Kontroll-box war auf der Sturm, an der Seite des Blut. Ich habe es nicht mehr geholfen, aber ich habe es nicht mehr gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020